Ach hör doch auf. Das geht ja gut los. Was ist hier Ben und Ed oder was? Mit riesigen Tampons. Ja, danke. Mein Traum wird wahr. Das ist ein Mann. Wenn das sich dann immer so was einfallen. Das ist doch nicht gesund. Komm ich da schon wieder hoch? Was? Wieso komm ich da nicht hoch? Ganz vergessen. Ich komm da irgendwie nicht hoch. Hm. Da. Da hab ich was vergriffen. Nö. Das scheint nicht zu funktionieren. Hm. Ja, natürlich. Ich versuche gerade da irgendwie rüber zu. Ja, genau. Nein. Das wollte ich eigentlich versuchen. Aber da. Weil ich das Gefühl habe, ich komm da irgendwie nicht hoch. Also bei dem zweiten Balken. Und das war wieder falsch. Hm. Das ist. Dieses Spiel ist äh. Anstrengend. Unterhaltsam. Aber auch ziemlich anstrengend. Ja. 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 Kann ich springen. Ja. Ja. Komm. Klack. Und zum nächsten. Ich hab das dumme Gefühl. Ich soll jetzt mit EHO, wa? Ja. Hat zumindest nicht funktioniert. Das sah auch nicht so aus, wenn es funktioniert hat. Ach. Jetzt hüpft er wieder nicht. Hüpft jetzt. Ja. Ich komm da nicht hoch. Nö. Also. Einfach. Nö. Also. Einfach. Nö. Alter. Wie soll ich denn? Ich hab ja wohl unmöglich. Nö. Kann ich auch so auf gut Glück versuchen dann. Los. Mist. Los landen da drin. Ja. 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 Steh auf. Steh auf. Oh nein. Oh nein. Doch wirklich? Das. War. So. Klar. Wer hätte es bloß erahnen können. na doch jetzt ja so das wird auch nichts mann oben da manu war das ist doch mit den ich wüsste warum ich da nicht auf den balken kommen dann würde ich das ja lieber damit noch mensch lieber damit probieren das klappt gar nicht mehr aber ich weiß nicht warum ich nicht auf diesen balken da kommen ja wirklich ich komme da nicht hoch und ich weiß nicht warum ist ein wenig frustrierend was war das denn bitte ich muss da irgendwie so hin und das scheine ich das nicht hinzubekommen und das ist auch ziemlich rar hier oder ich muss durch glück auf einem der balken liegen bleiben nicht darüber springen aber die chance erscheint mir auch ein bisschen unwahrscheinlich nein ja wieso guckt er denn manchmal nach da ja nein 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 das ist so ein spiel wo man wahrscheinlich nach alles ausschneidet die ganzen viel versuche auch langweilig glaube ich sagen mir mal ja nein 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 die sohn geht'S nicht warum klappt das manchmal manchmal eben und immer wenn ich woanders hingucke ich gucke auch zu ich würde gerne mal den typen sehen der oder die dame je nachdem die das hier eingerichtet hat die person das ist mit der würde ich ganz gerne mal ein wörtchen reden die macht mir meine arbeit als bodyguard nicht unbedingt leicht ich probiere es noch mal mit den balken nein das ist nicht zu schaffen also ich schaffe es nicht jetzt mache ich irgendwas vollkommen falsch aber ich bin nicht in der lage das hin zu bekommen also auf den zweiten balken zu kommen nicht im geringsten drücken bleiben laufen oder die festhalten oder so und wenn man genuss wäre es warum klappt das eigentlich jetzt alles so bescheuert wenn das nur gehen würde was wieso weg was das so viel mit glück und zufall zu tun so ich frage einfach gar nicht mehr kannst du das machen danke schön und dann triffst du wieder nichts anzug nach bg wenn ich das wenn ich was sage dann geht nein du willst mich verarschen und jetzt nirgendwo festhängen und einfach aufstehen und einfach aufstehen und wirklich ach warum denn es ist doch unfair ja danke ich meine warum was sollte das eben wenn man die balken so gemacht hätte dass man darauf springen kann dann müsste ich das nicht so probieren könntest du jetzt bitte aufstehen oh danke oh bloß in zeitlupe ich will hier nichts mehr versauen so hau bloß ab du kackteil wahrscheinlich hast du den mist hier eingerichtet und was ist das hier kaputt machen deine symbole der schande hier was alle frauen sind gold gräber ok hat mich fertig gemacht hat level die bude sieht auch dementsprechend langsam aus aber die küssenburg gebaut wieder rein also keine küssenburg seien hier so eine kartonburg take back our country man hat keiner was werden alter was was ich fühl mich ein bisschen unwohl also ich weiß gar nicht wie ich da so schnell hinkommen soll wenn ich da so eine wand da durch nein 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 ach Mist also eigentlich nicht Mist weil weiß bescheid das ist ganz schön garbe geschichte wenn dich ja bevor du am anfang los rennst ich bin ja okay die 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 So, nein, das ist neben. Ach, damn it. Ja, geht doch. Uiuiuiui. Ja, stell dich zu den Gleichgesinnten. Das mit dem Kreuz ist super ängstlich. Ja, gut, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Kann man ruhig mal machen. Uiuiui. Ich gucke mir noch von hier an. So. Nein. 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 Ich treffe nicht. Das war jetzt... Oh, oh, ich habe das... Okay, damit habe ich das nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre zu groß. Und ich habe schon wieder einen Anfall. Hätte ich aber auch, wenn ich den Mann da gerettet hätte. Mit einer grünen Dauerwälder mittlerweile. Warte, den will ich mir angucken. Hä? Overkill? Da stehe ich jetzt nicht ganz. Mist. Alter. Hat der so ein eigenes Gravitationsfeld oder so ein Abstoßfeld? Irgendwie flutsche ich immer an ihm vorbei. Okay, ich darf ihn also auch nicht auf den Ninja zu... Hä? Ja! Who is David Duke? What? Ich habe mich. Oh, scheiße. Ich wollte mich mit zwei wieder schubsen, aber dann macht er mal weiter. Und wir sehen uns auf cómo, denn wir sehen uns gleich wieder zu. Ein und so. Und wir sehen uns wieder. Und dann machen wir uns wieder.